Ungarnis Eigentum der Gottesmutter Maria Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ich habe den Herrn gesagt, und ich habe ihn gebeten, und ich habe ihm gesagt, dass der Platz, dieses Heiligtum, klein ist und nur ein vorläufiger, kurzzeitiger Platz. Aber die Gottesmutter hat den Platz glücklich, mit Freude angenommen, trotz Vorläufigkeit und Kurzzeitigkeit. Sie hat den Platz angenommen, und sie hat es gesagt, sagt dem Pater, der Platz ist nicht klein. Es gibt nicht so kleinen Platz, wo Himmel und Erde zusammen Platz haben könnte. Es ist genügend Platz für alle, für die Engel des Himmels und für die Heiligen auch, weil der Gottessohn das weiß, und er regelt alles. Der Platz ist nicht klein, und der Gottesmutter gefällt es sehr gut, und sie fühlt sich wohl darin, und sie liebt diesen Platz. Aber dort in diesem Heiligtum, in dieser Sühnekapelle, wie sie es bittet, dort wirklich sollen wir beten und söhnen. Wir sollten dort nicht miteinander beschäftigen oder einander beobachten. Wir sollten auf den Herrn schauen. Der Herr sagt, in diesem Heiligtum könnt ihr viele Gnaden empfangen. In diesem kleinen Heiligtum werde ich euch viele, viele Gnaden geben. Durch dieses Wohnort, meine Mutter, weil sie bei euch bleibt, sie wird mit euch beten. Ich verstehe es persönlich so, sie ist anwesend in diesem Heiligtum, in dieser Sühnekapelle. Die siegreiche Königin der Welt. Ja, die siegreiche Königin der Welt. Sie wird mit euch sühnen. Wir haben das auch erfahren, und sie hat diesen Platz sehr liebevoll angenommen. Es gab sogar solche Gelegenheit, dass der Herr mir gezeigt hat, wie das sühnende Gebet zum himmlischen Vater hochfliegt. Ja, wie eine Fee hat sie mit Freude angenommen. Und das war wunderbar. Das war wunderbar, wie das sühnende Gebet zum himmlischen Vater hochgeflogen ist. In diesem Augenblick flog die Gnade zurück auf die Erde. Erstmal flog das sühnende Gebet, der Sühneopfer hoch zum himmlischen Vater. Als der himmlische Vater dies übernommen hatte, in diesem Augenblick flog auf die Erde zurück, als Rückkehr, die Gnade zurück. Ich verstehe es so als Gegenleistung. Viele haben das nicht gewusst, und ich auch nicht. Was ist das? Gnade. Also, die erste Stufe ist, dass man gute Gedanken bekommt. Ja, so ist das. Umkehr, Reue, Rückkehr. Sie sind große Gnaden, ja. Liebe Schwester Nathalie, sagt Pater Regulzi Istvam, unser Plan ist, wenn Gott das auch so möchte. Ich kann leider nicht hören, was der Plan vom Pater Regulzi war. Es ist ausgeschnitten von der Aufnahme. Der Pater fragt jetzt Schwester Nathalie, wer hat diese Bilder gemalt? Wer hat die siegreiche Königin Bilder gemalt? Eine Schwester. Dieses Bild hat Schwester Lidata gemalt, aber sie ist schon gestorben. Und Schwoy, Bischof, hat es anerkannt. Herr Bischof Schwoy. Das Bild hat Freigabeerlaubnis von diesem Bischof. Aus der Vision von Schwester Nathalie. Also im Himmel hat die Gottesmutter die Trumpfkone als Auszeichnung, als siegreiche Königin angenommen, aber unbemerkt in der Vision so unbemerkt hat sie die Trumpfkone auch zu ihren Füßen runtergetan. runtergeholt von ihrem Kopf zu ihren Füßen. Ich verstehe es so. Die Trumpfkone hat Schwester Nathalie dann an den Füßen bei der siegreiche Königin der Welt gesehen. Wie sie das gemacht hat, die siegreiche Königin der Welt, wie sie die Trumpfkone zu ihren eigenen Füßen getan hat, und das ist solche mystische Sache, das kann man gar nicht erzählen, darüber kann man gar nicht erzählen. Ich sah die Dornenkrone, ja, sie hat die Dornenkrone stattdessen aufgesetzt, also ganz unbemerkt, und so ein schwarzer, aber nicht ganz schwarzer Schleier aus Tüllstoff hat sie angezogen. Der Stoff war kein schrecklicher schwarzer Stoff. Durch diese Tüllstoff Schleier konnte man den Mantel sehen, ihren Mantel, das war ein königlicher Mantel. Sie hat den Mantel und Schleier angezogen und danach, als sie dies angenommen hat, wurde ihr auch das Schicksal der Welt überrecht, übergeben. Also wir wissen es, sie wissen es aus den Schriften, Herr Pater, als der himmlische Vater gesprochen hat, wegen der Menge der vielen Sünden muss die Welt untergehen. Es gibt keine andere Möglichkeit mehr. Oder himmlischer Vater, das gesprochen hat, dann hat der Herr Jesus den himmlischen Vater darum gebeten, mein Vater, sei barmherzig, sei gerecht, strafe bitte nicht. hier, hier sühnen auch gewisse Bösen, aber mein Vater, sei barmherzig, bitte strafe nicht, hat der Herr Jesus, den himmlischen Vater, gebeten. Jesus reichte seine Hand, Jesus reichte seine barmherzige Hand uns, um uns zu helfen und die Jungfrau Maria ebenso. Daraufhin drückte die gerechte Hand des himmlischen Vaters, die barmherzige Hand des Herrn Jesus zurück. Das bedeutet, es gibt keine Gnade, es gibt keine Barmherzigkeit. Das war sehr traurig. Ja, das war sehr ergreifend. Und dann, als ob der Herr Jesus mit seinem barmherzigen Antlitz, als ob er an die Seite geschaut hätte. Ich weiß es nicht mehr, wie das passiert ist, weil ich sage es ja, das sind Sachen, die in Gott passieren. Der Herr Jesus steht da, dort und sagt, meine Mutter, komm, hilf mir bitte, die gerechte Hand meines Vaters zurückhalten, damit die Welt noch nicht noch nicht untergehen soll. Die Jungfrau Maria, die Mutter der Barmherzigkeit, hob ihre unbefleckte Hand hoch. Ich verstehe es so, sie versuchte, die gerechte Hand des himmlischen Vaters zurückzuhalten. Und Schwester Nathalie sagt, und daraufhin, das war wunderbar. Es fehlt leider, wie daraufhin der himmlische Vater geantwortet hat, aber ich denke, daraufhin hat der himmlische Vater seine gerechte Hand zurückgezogen. Es ist wieder ausgeschnitten, diese Aufnahme, leider. Stattdessen beten jetzt viele. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit mir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Das ungarische Volk hat sehr viel gelitten, diese Nation. Die Ungarn sind lieb für die Jungfrau Maria. Der Vater fragt, ob die Gottesmutter Maria die Ungarn lieben würde. Schwester Nathalie antwortet, natürlich liebt sie uns. Ja, natürlich, natürlich. Für die Gottesmutter Maria ist Ungarn nicht nur eine Nation, ein Volk als ungarische Nation oder ungarisches Volk, sondern wir Ungarn, wir stehen unter ihrem Schutz. Wir Gottesmutter Maria anempfohlen wurden. Kleine Bemerkung von mir durch den heiligen Stephan König. Der Herr sagt und die Jungfrau Maria sagt es auch, Eigentum. Ungarn ist ihr Eigentum. Wir sind ihr Eigentum. Die Welt ist groß. Es gibt unzählige Länder. Aber welches Land ist ihr Eigentum? Wir können Länder suchen, welches Land Eigentum gibt es nicht. Nur ein Land auf der Erde und das ist Ungarn. Meine persönliche Bemerkung dazu, es gibt viele Länder, die der Gottesmutter Maria geweiht sind. Aber Schwester Natalie spricht hier über Eigentum und das ist Unterschied. Ob ein Land unter dem Schutz der Gottesmutter Maria steht oder ob ein Land ihr Eigentum ist. Das versucht Schwester Natalie hier dem Pater zu erklären. Der Pater antwortet Das ist aber beruhigend, ich höre es wohltuend. Ungarn als ihr Eigentum. Es ist riesiger Unterschied, ob wir unter ihrem Schutz sind oder ihr Eigentum sind. Weil Ungarn Eigentum der Gottesmutter Maria ist, wollte Jesus schon in den 40 Jahren Ungarn auszeichnen und retten. Durch ein Wunder Ungarn sollte neutral bleiben politisch neutral Ungarn sollte allein bleiben neutral Ja, sagt der Pater Regüzi aber wir haben auf Jesus leider nicht gehört Wir haben auf ihn nicht gehört Es ist vorbei antwortet Schwester Natalie Wir haben noch nicht verloren weil Ungarn Eigentum der Gottesmutter Maria ist Ungarn ist auch jetzt ihr Eigentum und das wird nie nie von der Gottesmutter Maria weggenommen werden sie fühlt sich wohl bei uns sie sünd mit uns sie bittet und wünscht dass durch uns durch die ungarische Grenze die sündenden Gebete und Opfer fliegen sollen wie Weihrauch über alle Grenzen hinaus als Wirkung also die Jungfrau Maria ist die siegliche Königin der Welt der Vater sagt ja wir beten immer deshalb in der Sühner Kapelle wir haben sogar jetzt schon eingeführt dass wir täglich dreimal den Rosenkranz beten Schwester Natalie antwortet passen sie auf das ist ein wenig zu viel ich weiß es nicht wo die Gottesmutter Maria das gebeten hat aber das ist viel weniger ist mehr man sollte daran denken dass das Volk dass die armen Leute die armen Frauen zu zuhose wartet auf sie kochen die Kinder die Enkel Kinder deshalb sollte man hier aufpassen wenn man andächtig einen Rosenkranz betet ein Rosenkranz bringt außergewöhnliche Gnaden ein Rosenkranz zieht nach sich außergewöhnlichen Gnaden auf die Erde durch uns durch Ungarn durch diese Sühne Kapelle auf die ganze Welt das ist viel es ist auch was anderes wenn wir persönlich miteinander drei Rosenkranz beten zu hause hier endet die Aufnahme gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit Amen